Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Oberbürger, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem Antrag. Ich bedanke mich bei der Verwaltung für die Schaffung weiterer Behindertenparkplätze im Bereich der Martin-Luther-Straße, Martin-Luther-Kirche. Hierzu habe ich noch eine Nachfrage, und zwar die lautet, wann und wo genau werden diese Parkplätze eingerichtet? Ich bitte diese Beantwortung über das Protokoll uns zu übermitteln. Vielen Dank.